Du hast wieder Warenmenge hergestellt. Gut, was heißt du? Haust wieder Steine. Es dauert ja nicht mehr lange, bis wir Wege anlegen müssen. So, Verteidigungsturm. Da kommt er drei Burgenschützen rein. Dann mach du mal die Waffenröcke fertig, bevor du wieder Jäger wirst. Wird Gold schon im Hauptlager eingelagert? Ah, diesmal dort, dass du genug Goldnuggets haben, um den Büro voll zu lernen. Weizen lagerten wir übrigens auch noch nicht ein, nur Mehl bis jetzt. Du bist erwachsen, gut. So, so Verteidigungssturm wird auch schon gebaut. Du hast die Waffenröcke, die Waffenröcke hergestellt. Also gehst du jagen. Du bist Träger geworden, also kannst du heiraten. Kannst hier einziehen und hier arbeiten. Du bist Träger geworden. Du kannst hier dann ja noch mache, Draw New-Becke, die fallen wieder töten. Um 0h proffekt, wo duesarst. Du bist drast. Du kannst 누�stieren, wirst du ihnen vorbe So, du wirst auch Träger. Ja, wir kommen gut durch bis jetzt. Weil wir auch Glück haben, dass uns die Windländer nicht angreifen. Goldmühle steht schon eine Weile leer, ist aber halb so wild. Ach, wir brauchen bald wieder Möbel. Du wohnst hier. Arbeitest hier. Der holt Speer. Okay. Du kannst trainiert werden. Ja, reihender Büffel. Wir werden sofort angreifen. Die holen jetzt Zeug. Du bist hungrig. Ja gut, du bist Bauarbeiter. Solltest du mal schnell nach Hause was essen. Ja, dorthin. So, also Holz. Feller? Ne, das ist Bauarbeiter. Okay. Du bist hungrig? Versuch dir erstmal was zu essen hier. Weil deine Frau braucht wahrscheinlich noch ein bisschen. Bis sie uns euch hier draußen versorgen kann. Bis sie uns hier draußen versorgen. Oh, das erste Eisenwerkzeug ist fertig. Möbel werden aber wieder knapp. Geschirr geht noch. Schuhe auch. Wir kriegen langsam wieder etwas Leder rein. Habe ich gerade was gehört, was wie ein Angriff klang? Nö. Gott sei Dank nicht. Aber Gott sei Dank ist der Turm bei gleich fertig. Steine scheine ich gerade genug zu haben. Dass ich dann anfangen kann, hier Straßen zu planen. In den Donner-Türmen sind jeweils zwei Indianer drin. Das könnte ein bisschen gefährlicher werden. Ihr seid alles Zivilisten. Nur ihr seid alles Krieger. So, du kriegst netterweise Holz. Ach, Verteidigungsdruck ist fertig. Gut. Gut. Oh, du bist arg hungrig. Oh, da war noch jemand hungrig. Oh, da war noch jemand hungrig. Ja, ist schön, dass du Hunger hast und Nahrung benötigst. Dann bring doch gefälligst bitte mal Nahrung in euer blödes Haus. Ich meine, da ist ein Jägerzelt voll mit Nahrung. Wo geht sie jetzt hin? Ernsthaft, wo geht sie hin? Ja, 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 ja. Ja, so steht das Schwerter her. Sie holt Möbel. Auch gut. Du wirst halt ne Weile brauchen, bis du hoch trainiert bist. Oh, du bist ja Dick-Goldschmied geworden. Sehr gut. Ja, und auf dem Weg heim verhungert es ja auch noch. Also ja, die KI war damals doch noch nicht ganz so helle. Wie gehofft. Ja, du bist hungrig. Ach nee. Ich muss erst mal gucken, dass ich ihn hier hochbringe. Das heißt, das ganze Eisen ist erst mal für ihn, nicht für dich. Und du machst wieder den Tisch noch. Hier liegen übrigens noch Holzwerkzeuge rum. Und ein Speer. So, gut. Du hast gegessen, dass du mir nicht jetzt gleich krepierst. Du bist hungrig, dann iss was. Ich meine, die hat schon so viel an Prozente, an Nahrung, an Geschirr verbaut, obwohl ich einmal gekocht wurde. Ja. Übrigens sicherheitshalber hier ein Safe machen. Aber wenigstens hat sie jetzt ausgeschlafen und könnte jetzt endlich mal sich um Essen kümmern. Und nicht immer nur sich die Haare richten. die Haare richten. Da ist ein Haus, eine Jägerhütte voll mit Nahrung. Sie geht lieber nach da oben. Auch gut. Es ist mir langsam egal, was meine Wikinger machen. Hauptsache sie bleiben am Leben. Und hier hat man eine Warnung. Kaifon, ich habe ein paar Warnung.